Was wollt ihr, Junge? Sieben, fünf, eins zu acht, drei zu neun, in vier Runden! This video is brought to you by Alienware. Featuring Intel Core i7 Processors. Start Gaming! Hallo, herzlich willkommen auf der Würstchenbude, suchen und zerstören bzw. suchen und retten auf der Map Strike Zone. Mit dabei ist der Montana Black 88, der Cresigno 87, der Despen 81, der Bro, und der Robert 88, moin sehens. Was? Skandal! So ein Nazi, du. Diese Klischees immer. Ich glaube, ich suche weniger, ich muss mehr gerettet werden. Kein Problem, wir haben Eidesma mit dabei. Offiziell ausgebildeter Sanitäter des Monats. Hütenhund. Hüte uns. Man nennt ihn auch die Trixi des Schlachtfelds. Wer nennen die denn du? Ich. Alle meine Freunde. Da läuft. Easy. Rechts von dir, da ist einer drin. Hab ich. Wenn ich die Bombe schiebe. Ich hab ihn auch nicht bekommen. Auffassen, Leute. Ich hab die Bombe gelegt und die kommt von hinten, glaube ich. Oh ne Scheiße. Da kommt einer mit Bulldog. Oh, bin ich schnell down, Alter. Heißt du, Bulldog? Das ist eine Pumpe hier. Yo, klar. Bin richtig schnell down. Also ja, manche Leute spielen echt schlimme in dem Spiel. Das sind ja zwei. Ja. Einen habe ich. So'n Fick. Und die Münze habe ich nicht gekriegt, Alter. Kacke, ne? Robertson. Guck mal, die haben Bro und Robert in einem Spiel da. Robertson. Mann, ist das ne Missgeburt, ey. Aber guck mal, der andere. Wie heißt der andere? Der hat Treckervisier! Scott, Rob. Der hat Treckervisier. Robertson und Treckervisier. Und Scott Rob ist auch noch da. Mein zweit und dritter Count übrigens, der ist gerade online. Du sollst sagen, hast du zwei Kultur angeschlossen? Lass noch mal die Bombe bei Bailing und die einfach kommen. Die sollen einfach kommen, die Penisse. Ah, lass erstmal wegholen einen da. Oh, Vorsicht. Tube Tube Tube. Er ist direkt hier. Er ist angehittet. Raus, komm, 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 schnapp ihn dir. Wer ist das denn hier? Ja, gut angehittet ist der. So, ich gehe zu B, wenn es geht, jetzt hier. Ach, da war ja gar kein Schießen. Mann, die Kämpfe da hinten drin. Bombe wird gelegt. Danke. Bombe wird gelegt bei B. Kio Kino von einer Kavan. Die Gammeln da. Kriegerrechts ist einer von dir. Da ist einer. Hörst du den links? Wer ist bei uns am Spawn. Der hat die Rettemilch. Ich bin noch mal sterben. Da war der Reichtiger. Neu. Wo zum Teufel war einer auch dann habe ich vom Spawn. Geht schon zur Bombe. rechtskrieg rechtskrieg linkskrieg linkskrieg links links rechts links recht drei leute wieder geholt ist okay ja bei b kann das sein lassen dann lasst nächste runde dann mal ich brauche danke nein ich kann auch geholt werden achtung bei bb man auf das jetzt nicht darauf wenn man auch doch nicht mit der bombe daraus machen woher jetzt vielleicht mal nicht so mann sind die jungen und ich liegt ja doch recht und bombe bb bombe bb bombe lott b ihr seid so ein schwein also marken geier wird gelegt bei b da liegt die usbv such dich zu holen ich glaube ich bin ich habe zwei runden zu sterben kommen einmal geht noch nein wir kommen davon habt ihr da keine ahnung was für einen seitengang der seitengang aus der küche da ja okay ich kann geholt werden da ich habe auch ich habe auch eine sagt kommen ich habe ich habe keine reinsteuerung zwei reichen ein bisschen noch ein bisschen auf jetzt kann ich aber gar wenn wir jetzt verteidiger sind und gammeln kann ich gut leute das ist meine stärke achtung mit sich holen einer holen wollte reinrutschen mit nicht immer noch meine marke ja ich wollte dass die geschützt haben wir keine lust kriegst du einer ich bin da und das gibt es noch aufgehoben werden trecker visier die missgeburt ich kann man ein klein sträuchte die waffen der waffen die haben die wir noch mal naja ich habe nicht gedacht dass der wixer zurückkommt was wollte junge sieben fünf eins zu acht drei zu neun in vier runden kann sich mal anstrengen bitte danke ja jede runde zweimal ist okay eigentlich das ist ein weltrekord ich glaube das bin jeder auf weltrekord ja ich mache ich gehe gerade vorne wieso hat er eigentlich ein geschützt der usw wenn ich irgendwann viele die gegner gar nicht keine ahnung woher also warum er das tut aber auch damit ich habe es dann kommt auch dann kommt ich habe die marke habe sie dir ich bin da zwei schön dass sie da wart habt ihr ein bekommen aber ich habe dich das stimmt daumen hoch für die robert drei zu sechs aber das wird uns die da wo alles anbogen das logo bin ich spitz ich bin ich spitz man glaub du bist wirklich spitz ja ich komme keiner macht so viel kids wert ist ja was war das denn pro cover wer geht man habe ich du note ich kann wiederbelebt werden übrigens noch ich da hinten relativ einsam ja da da ist es mein stück bei dem welt alter bei dem jahr keine mag ich übrigens immer noch der hat doch nicht mal ratzfatzfeuer hier ja hat das feuer eigentlich einer christina das ist meine mag ja das gehört zu meinem repertorat ja auch der runde nicht hier gegen die bobos verlieren ich dachte ich hätte noch ein ding mann ich spiel jetzt mit bildschirm an warte pass auf ob er hat er hat ein messer der muss gut sein ist gott rob robertsen roberts ja wunderbar was für behindertes die alle spielen so alle nach b alle nach b und die bombe bei den klicken ja dann hol ihn raus und leg dich hierhin sucht aber erst mal wegzuholen da unten ist schon ein an weg zu haben der tüb dahin die nutte es dauern hol die münzen habe ich beide belegen warum belegen bommeligen stimmen nicht genau da sind die drin der beste spieler bei den es gerät wird aber die leute bleibt doch hinten leute die ja liegen drei erst min ich komme alle von a da waren drei leute bei oder zwei leute aber mach einfach keine kitzel und stirbt nein nein was willst du denn einer muss auch in die richtung bbombe gucken ihr guckt alle in die gleiche richtung erden vor der wollte die marke so kriegt noch meine kilt ich werde positiv in der roma macht auch scheiße die waffe ist voll op die ripper die m27 27 27 gibt es ja nicht natürlich die marke noch sie sieben rettungen der sani vom dienste ja guck mal insgesamt 10 16 19 rettungen ja läuft eine rettung du warst ja auch mehr du warst ja auch mehr tot ich mach mal auch eine m27 schlacht junger sovereign alter im ernst ja m27 ich gib ihm gib keine m27 oder was sagst du bro wie heißt die scheiß warte weißt du vielleicht wie du meinst stummgewehr musst du mal fragen hör mal wie heißen die fetten gewehre denn man leichte mg lmg 20 i a r ich lüge doch nicht bescheuert oh ich will eine klasse einstellen für flugscheiße m27 tatsache ja sorry du bist äh das ist kein problem nein ich schaff nicht oh ne ich wollte mal buff dich hier ihr werdet es nicht glauben ich hab keine tracker wie sie wieder reingeklatscht du bist so eine lösung also ich glaube ich übrigens sofort ja kannst du auch de noose ist weg ja de noose ist weg ja schön irgendwann mal da vielleicht findet robert die mit seinem tracker die sie ja wieder ja du hast ja auch das mobben mobben cyber mobbing brauchen wir ja nicht ich mag die map nicht ich glaube nicht mal die entwickler mögen die map so ich spiele mit äh ich wasche meine runde mit dem messer hier ja das kann lustig werden ich carry jetzt mit der m27 vor allem gegen die gegner ja stimmt okay alles da auch bekannt als tippen lmg so sollen wir a bis also langsam a richtung ja immer nach rechts wieso a lass doch b oben hier im doch c am besten ich frage da kommt nix und dann geht die runde los warum denn ah ich hab hier wieder starter ne oben ist einer wo ist oben habe ihn wie sie alle auf die marke geiern wie sie alle auf die marke geiern ne der ist ganz hinten warte mal gucken wir mal wer in der nähe ist ich hab einen ich hab den hier ja das war er da seht ihr mal robert so sieht die welt von robert aus äh wo ist jetzt der krisino pass auf hinter dir blauer steg aus deren aus deren form ne an der bombe wir einfach mir das messer ins gesicht das war schon das war schon so kam schon ja aber auch mal ja ich hab den vorhin noch da das ist ein grill da bin ich dabei klar dass man ist das am mindestens ein kriegt der damit mit drauf einsteigen ja klar wie geil ist das bitte wartung sagt aber ersten geklatscht hier sind keine gegner wenn man kriegt direkt besser in die fresse und gegner gesehen wer hat denn die bombe die schnitt ich hab sogar messer eingeklatscht hast du keine kills diese runde braun ne nicht mal punkte ich habe hier donuts will jemand ja wenigstens also kein letzter alter natürlich kacke rüber aber du hast 20 punkte gratulation klatsch instant b ja aber wir müssen liegen leute da b was sind los da mensch was ist in der los scheiß fucking ripper alter op wix knarre im schacht ist einer unten einer unten ist eine mit einem panel mit maria krisenio habe ich ja okay war schon weiter bei dem ist aber auch ratzfatz war ja bombe seiner jawohl ich bin ich liebe noch freunde da rechts ist noch eine marke ja draußen haben wir mal die marken ein von oben ja es ist aber du kriegst denn dank also krieger ein nein ist der bauer heim ließ du dir den weg holen hier da ist der heim mann oder bringt ja nichts noch mal vom bruch hat man hast du die heli oder was man ich hab mir sagt kommen hat sonst noch eine so kommt nur was ja so hat nämlich gar nicht mit man ja wohl als abschütz wäre hier übrigens auf der map der jahre die gm ja ich habe ich gehört glaubt er macht direkt eine rakete und dann hier eine sekunde noch jetzt das von mir übrigens also wir alle wissen wie alter ist klar sein junge und bauke so kacke eigentlich darfst du nur die die hier kann die bächer spielen alle anderen waffen sind nein ich kann da wiederbelebt werden wenn du getroffen hättest natürlich ist stark gewesen ja man kann auch ich kann noch mal das war kein jetzt nicht mehr ich hab noch oben der krieger der krieg wie kann er mich ab wenn ich die ganze zeit auf die ecke baller an alter dieser fucking messer huernsohn ja robert da muss man auch mal die anstrengen 0 zu 4 0 zu 4 alter schranz 0 zu 4 0 zu 4 0 zu 4 ich bin zu dumm um zu fälligen halt kurzer schritt das ist doch das zweite mal geschluckt der robert ne wollen wir noch mal den insider einführen kann er nicht mal den rob hören ich kann den nicht hören aber wer hat das gesagt aber wer hat das jetzt gesagt hat der robert keine lust auf kills oder was ist da los will ich sagen einer ist durch in diesem mittelhaus hier links von der was ist das welche bombe ohne scheiß ich treffe gar nichts das kann nicht sein danke fürs wiederbeleben boah ihr netten wiederbelebt werden übrigens rechts krisinio da liege ich da liege ich doch man laufen immer zu zweit die pushen pushen ja die keine scheiß beleidigung ein duschen duschen bei mir hast du auf die decken durch den türen geschlossen robert diesmal kein messer schlucken robert ich sag's mal so das ist nicht gesunde alter wenn ihr ruhigt es leben noch vier leute das ist das ja robert jetzt musst du doch ruhig sein der messer ist doch robert oder also musst du jetzt auch mal alle ruhig sein damit der robert auch sein schade robert ja der hält mir einfach ruhig wie der robert den gehört mit so einem äh mit so einer belästigung mit so einer belästigung ne kannst du echt nicht sprechen und auch nicht hören du brauchst ja auch nicht sprechen dann mach wir ja schon was lacht ihr ich hör niemanden die fressen konnte alter ich kann nix hören du ich nehm jetzt die vernünftige waffe und dann wird besser so ohne scheiß ey du willst du willst da was machen du hörst nur das glaber du machst nichts du willst da was machen aber du kannst nicht ne ist schon scheiße projekt m27 gestorben 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 jo die sind hier unten du hast doch nicht das gehört noch holen ihr könnt mich noch holen ja aber ich benutze ich lieber so ein bisschen als bait ehrlich gesagt dann ist übrigens meine Marke ja das bin das ist bin ich oh man jetzt bin das du da schießt jetzt kannst du mich auch holen das kann nicht wahr sein alter ich kenne den zweiten und dann kommt noch ein dritter das heißt im umkehrschluss ich bin und bleibe überm bro kein problem für sieben mal sterben in sechs runden das kann nicht hier man ja über dem und wir müssen mich eigentlich noch ganz gut verstehen eigentlich wo wir bist du noch da oder bist du auf kage gegangen ja robert wird gerade geditors auf diese folge erreichen 88 88 und so aktive 88 likes ihr könnt ja mal die kommentare schreiben der wievielte liker ihr wart dann gehen wir hier mal raus sondern dankeschön beide robertsen an dem wir nicht hören werden also ihr werdet ihnen jetzt wahrscheinlich nicht hören dann beim krisinio ja bitte gerne beim bro ich glaube den kann man gar nicht hören ich habe die erste runde ich höre nix und ja unser profi spieler ja ich glaube ich bin ziemlich laut gerade ja fette diarre übrigens weil ich so weit oben bin schade robert tschüss roboter nicht laut